Jemand will, dass du irgendwas machst? Fuck you! Dein Chef nervt dich? Fuck you! Besitz dein eigenes Haus, hab ein paar Kröten auf der Bank und trink nicht. Mehr kann ich keinem raten, egal wo er gesellschaftlich steht, ist dein Großvater Riesiken eingegangen. Mehr. Ich garantiere dir, es war aus einer Fuck you-Haltung heraus. Das Leben eines klugen Mannes beruht auf Fuck you. Das Leben eines klugen Mannes beruht auf Fuck you. Das Leben eines klugen Mannes zu kommen und auf Fuck you. Und auf Fuck you. Das Leben eines klugen Mannes Militärer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020